So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Eine Folge Ramses Minus, heute in der Hyperliga. Ich muss mich nämlich beeilen, ich nehme das Video am Donnerstag auf und Donnerstagabend wechselt die Hyperliga nämlich auch auf die Meisterliga. Ich finde das immer noch gut, das steht jetzt auch bei den Ligen hier dabei. Ihr seht das, wähle deine Liga, Hyperliga oder Holiday Cup. Und hier steht schon, sieh, was dich am 29. Dezember erwartet. Heute ist der 29. Dezember, das wechselt heute Abend. Das ist nicht mein Hauptaccount, das ist der Samyang Bulldog Account, also der kleine, die blaue Nudel. Mein Ziel würde es heute sein, Level 50 zu erreichen. Hör auf den Nudeln. Aber es ist eigentlich egal, mit welchem Account ich spiele, weil ich immer das gleiche Superliga-Team habe, weil ich immer das gleiche Hyperliga-Team habe. Das seht ihr, auf dem Hauptaccount habe ich meistens Mahomai, Lapras und Giratina. Und jetzt habe ich beim Samyang-Nudel-Account auch Giratina, Lapras und Mahomai. Mit denen gehe ich jetzt hier rein. Ich bin jetzt hier Rang 6. Ich habe gestern das allererste Mal mit dem Samyang-Account gekämpft. Von 1 auf 6. Und möchte jetzt von 6 auf 10. Kämpfe gerade hier dann gegen den Spencer mit einem Zobiris. Oh mein Gott, das heißt, es fängt schon richtig reutig an, mir gegenüber. Was soll das? Hä? Wieso habe ich? Giratina, was hast du nur gemacht? Gestern war doch Drachenklaue rechts und der Geist-Move links. Heute ist es andersrum. Verstehe ich nicht. Wir lassen es mal durch. Egal. Für Level 50 sind die Aufgaben nämlich, dass ihr dreimal einen Rocket-Boss besiegen müsst. Mit Pokémon unter 2500 WP. Dass ihr die nächsten 5 Legendären, die ihr trefft, fangen müsst. Dazu zählen aber auch mysteriöse. Man hätte also eine Meltan-Box zünden können und einfach 5 Meltan fangen. Dann wäre man fertig. Oder man fängt einfach 5 Legendäre aus Raids. Dass man 999 einfach fabelhafte Würfe macht. Und dass man Rang 10 in der GBL erreicht. Und Rang 10 in der GBL ist eigentlich viel zu einfach. Da muss man wirklich gar nichts können, so wie ich. Ich hätte es sogar gut gefunden, wenn man gesagt hätte, für Level 50 Herausforderung braucht man Rang 20. Weil Rang 20 muss man auch nichts können. So blöd es klingt, für mich ist eigentlich kein Unterschied, ob Rang 10 oder Rang 20. Du musst für beides wirklich eigentlich nichts können. Wer jetzt denkt, das ist doch Quatsch, du bist doch bescheuert, hat zum Teil recht. Aber zum anderen Teil habe ich auch recht. Wie ist es denn? Punkte, das Punktesystem gibt es erst ab Rang 21. Also erst von 20 bis 24 geht es um Punkte. Da geht es wirklich darum, dass ihr mindestens 3 gewinnen müsst von 5, damit ihr aufsteigt. Sonst fallt ihr ab. Und abfallen ist auf jeden Fall nicht so cool. Klingt ja schon Abfall, klingt auch nicht cool. Deswegen fallt bitte nicht ab. Ansonsten geht es nur darum, einfach zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen. Und es sind ja die... Die Siege, die sich ansammeln, ab und zu, selbst wenn ihr nur 1 von 5 Kämpfen gewinnt, kommt ihr trotzdem dem nächsten Level schon wieder ein Stück näher, also dem nächsten Rang. Das ist sogar von 1 bis 6 vollkommen egal, was ihr macht. Ihr könnt auf Rang 1 alle 5 Kämpfe verlieren und werdet trotzdem Rang 2. Ihr könnt auf Rang 2 alle 5 Kämpfe verlieren und werdet Rang 3. Ihr könnt Rang 3 alle 5 Kämpfe verlieren und... Genau. Kommt auf Rang 4 und so weiter. Ich glaube erst bei 6 auf 7 ist Voraussetzung, dass man in einem Set mindestens einen Kampf gewinnt. Das heißt, wenn ich 5 Kämpfe mache und einen davon gewinne, steige ich trotzdem schon in den nächsten Rang auf. Und das geht bis 10 dann einfach so gemütlich weiter. Das heißt, ihr müsst euch gar keinen Stress machen, ihr könnt da einfach gemütlich an die Sache rangehen. Und selbst wenn jemand absolut keine Ahnung hat und gar nichts, ihr habt immer mal einen Gegner dabei, der richtig schlechte Pokémon hat, so fühle ich mich jetzt hier zum Beispiel gerade. Das ist Hyperliga mit 2500 Pokémon werden und die kämpfen hier, der kämpft gerade mit 1300. Das heißt, es ist eigentlich sogar egal, welche Typen ich gerade habe, welche Effektivitäten. Der stirbt einfach und schon habe ich in diesem Set mindestens einen Kampf gewonnen, habe jetzt den nächsten auch gewonnen. Würde, selbst wenn ich alles andere jetzt verliere, aufsteigen. Ich könnte sogar, wenn der Kampf anfängt, direkt flüchten oben, dann gebe ich auf, aber steigt trotzdem im Rang auf. Ab den oberen Rängen ist es natürlich dann anders. Dann heißt es, ihr müsst halt zum Beispiel insgesamt 10 Kämpfe gewinnen, damit ihr den nächsten Rang erreicht. Aber selbst wenn ihr jeden Tag nur einen Kampf gewinnt, nach 10 Tagen, also erst 10 Kämpfe gewonnen habt, dazwischen unendlich viele verloren habt, würde das trotzdem reichen, um den nächsten Rang zu kriegen. Ohne, dass man wirklich was drauf hat, ohne dass man sich auskennt. Deswegen, bis Rang 20 ist GBL eigentlich komplett egal. Wer nicht Rang 20 erreicht, hat einfach nur nicht gespielt. So hart muss ich das jetzt hier ausdrücken. Guck mal, 500 WP, Castella. Ich verstehe es nicht. Selbst gestern Abend hatte ich viel krassere Gegner, viel brutalere Matches. Und jetzt auf einmal hat sich das von gestern auf heute geändert, dass einfach heute keiner mehr da ist oder so. Ramses, das sind alles Bots. Ja, wieso waren gestern Abend keine Bots da? Weil die heute schon alle Meisterliga spielen und keiner mehr dort. Die sind ihrer Zeit schon voraus. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe gestern beim Samyang das auch gemacht, weil ich ja gestern Abend, wie gesagt, angefangen habe. Boah, Carbador, der hat 83. Es wird immer weniger. Was ist das denn? 83 WP. Ich habe beim Samyang gestern das gemacht, was ich beim Hauptaccount nie mache. Ich habe einen Kampf gestartet und bin raus wieder. Ich habe einen Kampf gestartet und bin raus. Level, Rang, Aufstieg. Habe das wieder gemacht, wieder gemacht, wieder gemacht. Und erst dann, als ich gewinnen musste, mindestens einen, habe ich halt einen gewonnen und bin dann viermal geflohen. Einfach nur, um schnell dieses Level-Up zu erreichen. Die Statistik bei Samyang ist komplett egal. Da geht es ja wirklich um gar nichts. Das ist nicht der Main, das ist was Kleines. Das ist aber was, was ich beim Hauptaccount niemals machen würde. Beim Hauptaccount ist mir die Statistik wichtig. Da will ich immer sehen, dass ich gerade auch in den unteren Rängen möglichst viele Kämpfe gewinnen. Dass wenn ich dann auf Rang 20 einsteige und Rang 21 werden würde, gar nichts mehr machen muss, weil ich schon mit so vielen Punkten drüber einsteige, dass ich automatisch eigentlich schon 21 bin. Andere, die steigen mit 2000 Punkten ein und müssen 2100 erreichen oder so. Wenn ich aber schon mit 2180 einsteige, bin ich ja schon über den 21 drüber. So, deswegen gibt es natürlich auch bessere Belohnungen. Es gibt auch mehr Staub, wenn ihr unten viel gewinnt auf dem Hauptaccount. Da gebe ich nie auf, da kämpfe ich bis zum bitteren Ende. Aber beim Samyang hat er es gestern einfach nebenbei beim Fernsehgucken einfach, ja, ich gehe rein, ich gehe raus, ich gehe rein, ich gehe raus, zack. Oh, die Matches sind leider um. Egal, kannst du heute machen. Und jetzt bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht sogar, dass halt so komische Gegner da sind. Man muss ja nicht mal schilden hier, auch. Frigometri 1200, was ist das? Jetzt kommt Methang rein. Methang wird von allen gespielt, weil Methang ist der Väter-Boss. Aber hier, ja, ein Methang. Habe ich noch nie gesehen. 952. So kann ich aber hier Siege für meine Level 45 Aufgabe noch mitnehmen. Das ist auch gut. Müsste auch das 5er Set jetzt voll sein, oder? 5er Set ist voll. Wir holen mal hier alles ab. Auch die Bonbons und den Staub und gucken, was hier drin ist. Hier ist sogar ein Methang drin. Lassen uns jetzt Zeit. Ich nehme das am Donnerstag jetzt auch, aber ich werde das, denke ich, mal am Freitag rausbringen. Freitag stream ich nicht, Freitag bin ich nicht da. Da habt ihr Zeit, da könnt ihr ein super ellenlanges GBL-Video gucken. 15 Angriff, okay. Für Samstag gibt es ein kleines dummes Video wahrscheinlich. Ja, und ansonsten nichts. Ne, weiß ich nicht. Hä, Samstag hätte ich ja Zeit, irgendwas Cooles zu machen. Genau. Da muss ich nochmal schauen. Ich habe nämlich heute am Donnerstag nur Zeit bis 18 Uhr, bis der Stream dann anfängt von 7 vs. Wild. Bis dahin muss ich alles vorbereiten für Freitag, für Samstag, für Sonntag, bis ich dann wieder da bin und wieder am Drücker. So, jetzt sind wir schon dran, 7. Denkt dran, wir müssen nur ein einziges Match gewinnen. Alle anderen könnten wir aufgeben und wären dann schon fertig. So, Aquana, oh, 2000, das ist ja mal ein richtiger Gegner. Also im Gegensatz zu den anderen ist das eher ein Gegner. Was ich übrigens neu habe, was ich noch gar nicht zum Einsatz gebracht habe. Ich habe ja sonst immer normal mit Macho Mai im Team gespielt. Dieses Macho Mai, was hier im Team ist, ist aber ein Krypto-Macho Mai. Und jetzt habt ihr gesehen, wie das ist. Diesmal hat der Gegner aufgegeben. Und das kann euch ja auch passieren. Deswegen sage ich, selbst wenn ihr gar nichts drauf habt in GBL, überhaupt nichts, gar nichts, ihr könnt trotzdem Rang 20 erreichen. Ohne Skills. Ihr habt immer mal einen Gegner dabei, der einfach aufgibt. Weil er selber sagt, ach, ich möchte einfach überspringen, damit ich schneller aufsteige. Und dann kriegt ihr einen Sieg zugerechnet. Und dieser eine Sieg ist der Sieg vielleicht, der euch einen Rang weiterbringt. Ja, ansonsten metzeln wir uns jetzt hier durch die Viecher durch. Guck mal, Eis. Eis gegen Drache. Eigentlich müsste der mir richtig auf die Mütze gehen, aber der hat ja auch nur 800 WP. Und deswegen. Aber er schildet sogar. Schilden Bots? Ja? Schilden die? Da muss doch ein menschlicher Spieler dahinter stecken, der sich sagt, nein, Quigel, gib nicht auf. Schnäpke. 256. Ja gut, das ist. Vergesst alles. Pandimus. Der Frosch. Machen wir mal hier. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit dem Main-Account, dass ich gestern Abend beim Main-Account noch versucht habe, kurz irgendwas zu machen in der Hyperliga. Weil eigentlich wollte ich ja immer sehen, dass ich eine Folge Ramses Minus mache in der Superliga, eine Folge in der Hyperliga, eine Folge in der Meisterliga. Jetzt habe ich gesehen, das wechselt schon wieder. Oh mein Gott, ich schaffe es auf dem Main-Account nicht mehr eine Folge aufzunehmen, weil ich heute erst dran gedacht habe, aber das heute Abend schon wechselt. Ich hier gesehen habe, der braucht eh was. Nimmst du die Folge in der Hyperliga, also lieber mit dem Samyang auf. Was ich halt gerade ein bisschen vielleicht langweiliger weiß. Aber dann wird es mir mit dem Haupt-Account in der Meisterliga dann wieder eine Folge geben, aber da habe ich ja dann wieder Zeit. Meistens spiele ich ja GBL nur, wenn ich gerade ein Ramses Minus-Video mache. Das heißt, ich sitze eine Stunde da, mache fünf Sets und dann rühre ich zwei Wochen lang GBL gar nicht mehr an, weil ich einfach gar keine Zeit dafür habe. Und alle dann immer, ja, ich bin schon Rang 20, ich bin schon Rang-Legende, ja, krass, Digga, yo. Und dann komme ich immer, ich bin Rang 3, so nach drei Monaten und alle, boah, was, Digga, was und so. Aber ich habe es bisher trotzdem immer geschafft. Na, warte, du kriegst jetzt einen Schattenstoß. Ich habe es trotzdem bisher immer geschafft, mindestens meinen Rang 20 zu erreichen und das finde ich auch gut. Es eilt ja nichts höher als Rang 21. Durch meinen guten Einstieg bin ich eh noch nicht gekommen. Komme ich wahrscheinlich auch nie. Fehlt mir die Feinheiten und die Finesse dafür. Ich habe es zwar auch noch nie richtig probiert, aber ich sage halt einfach mal, schaffe ich eh nicht. Und in drei Monaten den Rang 20 zu erreichen, das ist, wie gesagt, keine Kunst. Da muss man nicht mal viel spielen. Da macht man halt in einem Monat Rang 10, im nächsten Monat Rang 15, und im dritten Monat macht man dann halt Rang, ähm, jetzt kommen ja Stinker, die restlichen fünf Ränge. Aber manche haben innerhalb von einer Woche dann immer schon Rang 20 und sagen, so, jetzt geht es um die Wurst. Finde ich schön, dass da so viele Leute dabei sind, die das so akribisch spielen und so dahinterher sind. Mag niemals sehe ich hier als definitiv, äh, GBL-Zocker. Ich glaube, der Tobi Twitter, äh, zockt auch GBL. Öfters. Pokehander sehe ich immer mit GBL irgendwas. Äh, der Scheinux ist, glaube ich, auch immer hinterher. hier der Obidua, Obiducha, Boochuhita. Wie heißt er denn jetzt wieder? Obita? Kennt ihr alle, auf jeden Fall. Der auch? Obita? Mann, ist das peinlich. Halt einfach deinen Mund und dann ist gut. So, es gibt auf jeden Fall ein paar gängige GBL-Spieler aus der, äh, Community, die öfters im Fan-Chat mal so ihre Ränge vergleichen, ihre Teams vergleichen. Na gut, einen müsste man auch noch nennen. Heiretin. Heiretin ist ja der GBL-Spieler schlechthin, der fängt jedes Pokémon und pusht das erstmal an die Grenze und sagt dann, so, das ist Rang 463 in der GBL. Ist das gut? Jetzt habe ich das schon gepusht. Einen Tag später, so, habe jetzt das auch gepusht für GBL. Das ist nämlich nicht 463, das ist 420. Ist also viel, viel besser im Rang. Habe aber keinen Staub mehr. Was kann ich noch? Und du kannst nur drei Pokémon in dein Team packen, aber er pusht erst mal 500 Pokémon in der Superliga alle möglichst an 1,5 und fragt dann, welche man denn nehmen könnte oder welche gut sind und hat schon alles aber ausge... Das finde ich manchmal so Verschwendung, so brutal, so schlimm. Aber wenn es ihm Spaß macht, jeder hat ja andere Ziele, ich glaube, der Heiretin ist halt jetzt nicht so der Raid-Typ, er ist halt wirklich der GBL-Typ. Das Netz, bin ich einmal rausgeflogen, da fehlt doch noch Eis. So, müssen wir so Eis machen hier. Ohne Eis geht Case. Ich meine, in der Superliga geht es ja noch. Bis 1,5 zu pushen ist ja nicht viel. Die meisten haben wir schon. Aber hier, na, Hyperliga, genau, das Gelbe da, der Gelbe Netto, der Gelb-Schwarze. Hyperliga, wieder ganz andere. Jetzt will ich mal wechseln, ich mache die ganze Zeit ja gar nichts, jetzt zeige ich mal, was passiert denn, wenn ich wirklich wechsle und mit einem anderen Pokémon reinkomme. Wechselt er dann auch, lässt er sich einfach töten. Schwache Verbindung, ich glaube, er ist rausgeflogen. Er hat schon nur einen Tausender und fliegt trotzdem noch raus. Funifras, der Kars. Siehst du, du brauchst keine Skills bis Rang 20. Oh mein Gott. Manchmal hast du Bots, manchmal hast du Gegner, die verlassen, die nur schnell aufsteigen wollen. Manchmal fliegen die Gegner auch einfach raus und du kannst die einfach so besiegen. Du brauchst keine Skills für Rang 20. Wie nenne ich denn die Folge? Du brauchst keine Skills für Rang 20, in Klammern, Level 50 Aufstieg. Viel drin. Muss ich mir mal merken. Habe ich mein Handy hier? Nein, glaube ich nicht. Also mein, das sind nur mein GBL-Handy. Das andere ist ja was anderes. Hier, neue Größe. Wow, schlecht. Wow, ist Fritte ein Kau. Jetzt holst du das noch ab, hast wieder einen Rang Aufstieg, bist bei 8. Braucht man noch 9, braucht man 10, dann sind wir schon fertig. 17 Minuten, schon zwei Ränge. Das geht richtig gut durch. So, weiter, 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 weiter. Ey, das schaffe ich ja, eine bessere Siegeserie auf dem Samyang-Account als auf dem Main-Account, wo du so mal 5 gewinnst, denkst, das ist gut und dann verlierst du direkt 1 und dann gewinnst du wieder 4. Jetzt habe ich schon 10 hintereinander gewonnen. Was Leon Hart, heißt der? Leon Hart, Blitzer. Vielleicht spielt auch gerade um die Zeit auf der Welt keiner irgendwas, weil das alles sinnlos ist. so, wechseln auch und hauen dem Rizeros an den Bauch. Vielender. Surfer. Kann der aber vielender? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, wenn ich Rizeros sehe, vielender im Kopf und weiß nicht woher. was hast du noch Schönes? Du hast noch ein Karapenis. Da können wir mal einen Kreuzhieb drauf machen. Da freut sich es bestimmt. Das machen wir mal Stinger den ganzen Bildschirm zu. Rode Augen, sehr gefährlich. Zack, wehrt auch ab. Er kriegt noch einen Kreuzhieb. ein Backslash, ein Backslash für hinten. Wenn jetzt aber einer kommt, wie in der Superliga-Folge, wo es hieß, das war aber nichts. Was schreibt man dann hier drunter? Wow, die längste Siegsserie der Welt. Du hast es ja komplett abgerissen. Du bist der Beste. Wer wollte ein Kind von dir? Oder schreibt man einfach, das war ja noch weniger. Auch wenn du viel mehr gewonnen hast, war das viel weniger, weil das war ja alles nichts. Was ist es? Was ist es? Ist es was? Ist es nichts? Es macht auf jeden Fall gerade Spaß, muss ich sagen. Das ist doch das Gute, ne? Was wollt ihr denn 1000 Raids machen auf der Suche nach irgendeinem Hundo Legendären? Und verzweifelt da, wenn ihr schon 800 Raids gemacht habt? Spielt ein bisschen GBL. Guckt mal, wie viel Spaß das macht. und der Belohnungseffekt und du kriegst immer wieder was gratis und ein Pokémon und Erfahrungspunkte und Staub und Bonbons und es ist so einfach und so normal. Titel für die Folge GBL Ne, warte mal. Ramses Minus Es ist so einfach. Level 50. Ich hab keine Ahnung, wie ich das nenne. Schnibbel! Soll ich jetzt wechseln? Soll ich jetzt drinbleiben? Normal nimmst du Kampf, aber ich nehm grad einfach gar nichts, weil ich mit meinem Drachen weiter auf das Eis-Poggon eintrete, weil es ist ja klein. Hab ich überhaupt den Drachen sofort Attacke? Müsst ihr denn nicht Feuerodem haben? Irgendwas anderes? Hat er vielleicht gar nicht. Es lädt schon wieder ewig. Das ist für mich schon wieder so ein Anzeichen wie die Verbindung ist schlecht gewesen, der Gegner ist rausgeflogen, deswegen drückt er auch nicht aktiv auf den Wechsel, sondern wir müssen warten, bis das abgelaufen ist. Das heißt, er macht grad gar keinen Schaden mehr bei mir. Ich brauche also nicht mal irgendwelche... Ich brauche hier gar keine Moves mehr einsetzen, ich fühle mich einfach so durch. Waddy ist der Letzte. Hier, was gibt es denn da jetzt? Schau das Ding rein, ne? Da gibt es keine Auswahl. Komm einfach rein und zeig mal, was du da hast. Ein Visa Knops. Was habe ich gestern? Immerzu haben sie mir die fetten Visa Floor hingestellt, eins nach dem anderen. Und hier? Visa Knosp. Aber egal, es pusht die Aufgabe, mit der ich wohl nie fertig werde, weil ich ja nie mit dem spiele. Hm. Und Medaillen hier 47 von 50. Hoi, hoi, Recker. Wo schreibe ich mir das denn jetzt mal hin? Gar nicht. Jetzt habe ich schon wieder beides vergessen, wie ich es nennen wollte. Es ist so einfach. Du brauchst keine Skills. Du brauchst keine Skills für Level 50. GBL Hyperliga. Bruder. Ohne Skills bis Level 50. Irgendwas so in der Art, was weiß ich. Ihr seht, einfach nur Rumgewühle. So, haben wir eh was voll. Bei dem dauert es jetzt bestimmt ein bisschen länger. Deswegen machen wir doch mal einen Charge Move. So, wehrt ihr auch ab. Machen wir nochmal weiter, abwehren, nochmal Schattenstoß drauf. Na, 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 na. Ich habe trotzdem ein Video. Ich weiß gar nicht, wieso manche Leute das gucken und die sagen, ja, sie finden das unerhaltsam. Was ist unerhaltsam? Die Kämpfe? Oder dass ich immer die Geschichten aus dem Paulaner Garten erzähle? Da muss man ja nicht mal hingucken. Die kriegt man ja auch so. Das heißt, es ist egal, in welcher Liga ich kämpfe, es ist egal, mit welchem Team, es ist egal, ob ich gewinne oder verliere. Die Leute machen einen Podcast drauf und hören zu, wie man redet. Das ist beruhigend, wenn man gleichzeitig Staub saugt. Saug, staugt, staub saugt. So. Ich habe extra einen Adi ausgesperrt dafür, der ist nämlich eh rausgerannt, hat in der Küche daheimlich genascht. Da habe ich gedacht, gut, dann isst du erstmal in Ruhe. Ich lasse jetzt nicht drei Jahre die Tür auf, dann nehme ich jetzt eine Stunde auf, dann suche ich dich wieder. Ich bin so lang verstecken. Das ist doch schwache Verbindung. Hey! Aber er macht Schaden bei mir. Oh mein Gott, guck dir das an, wie der den Schaden macht. Ich würde jetzt gerne einen Move machen, aber ich glaube, den währt er dann wieder ab, mit Schild. Also mache ich lieber keinen Move und bin bestimmt schneller, wenn ich einfach nur mit den normalen Quick Moves versuche ihn runter zu bashen. Das ist GBL. So richtig groß, das geschrieben. Caps Lock rein, das schreiben, drei Fragezeichen und dann auf das große, nochmal mit Double Caps Lock, noch größere Buchstaben, auf die großen Buchstaben drauf, damit man richtig sieht, wie groß das ist. Das ist GBL. Und jetzt hat er aufgegeben. Er hat jetzt, wer gibt denn nach zwei Dinge, das ist doch kein Bot. Heißt das Bot, ja, Bot, Bot, Bot. Courtlet. Mein Courtlet ist kaputt. So. Das ist ja der fünfte, ich glaube, das ist der fünfte, genau. Der fünfte, 24 Minuten, das geht richtig zügig. Ich glaube, die Superliga zieht sich immer ein bisschen von den Kämpfen, die Meisterliga zieht sich immer ein bisschen von den Kämpfen, aber ich glaube, in der Hyperliga sind die Kämpfe immer am schnellsten vorbei. Also gehen meistens nicht so lange, die ziehen da ordentlich durch. Vielleicht liegt das jetzt nur gerade an den Gegnern, weil die Schwachsinn, als wenn man jetzt fünfmal hin und her schildert und alles abwehrt und sich in die Länge zieht, aber ich glaube, allgemein war es sonst auch so, auch bei richtigen Gegnern mit zwei Fünfern, dass es irgendwie in der Hyperliga am schnellsten ging mit dem Durchläufen. Durchlaufen, Mann. So, gierige Tina. Da muss man sich ja kaum bewegen. Bleibt einfach hier unten so hängen an dem Zeug und hat trotzdem einfach fabelhaft. Drache ist das Beste in der GWL vom Minispiel. Bei anderen musst du immer kreisen und umschlingen und machen und bei Drache, du kannst theoretisch mit deinem Daumen einfach nur auf dem Bildschirm stehen bleiben und es fliegt alles in dich rein. Das ist das Beste. Ja, 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 ja. Schaffe ich das noch, bevor er mich umbringt? Ja, natürlich schaffe ich das noch. Und was hat er jetzt? Hariyama, aber du hast doch keine Schilde mehr, ne? Jetzt habe ich nicht auf die WP geachtet. Ist der jetzt fett? Der hat 2, 3. Ich glaube, das ist der Erste, der bis jetzt warte, beruhigen, beruhigen, ganz gemütlich hier die Drachen mitnehmen. Das ist der Erste, der irgendwie ein bisschen in meine Richtung kommt. Zack, 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 Bauchklatscher am Mic. Macht jetzt auch einen Move. Ach, wir lassen es mal durch. Der Krypto hat natürlich, Rückkehr, hui, hui, hui. Der Krypto hat natürlich nicht so viel Verteidigung, aber wir haben ja eh noch ein Labras am Start. Guck mal, er kommt mit Flamara rein. Wir haben unseren Server voll. Dann ist das Ding auch erledigt. Hier ist eigentlich auch gemütlich, dieser Wasseranimation hinterher zu gehen. Aber Drache ist irgendwie noch einfacher. Ich glaube, das Schwierigste oder Schlimmste ist Fee. Fee oder Psycho, irgendwas von beiden war es, was ich total schlimm fand. Gestein finde ich noch cool, Stahl finde ich cool, die Animationen da immer so. Aber Fee finde ich, da fliegt alles so einfach komplett weg und ich, das ist mir zu stressig. Da muss man 50, hey! Das ist jetzt eine Medaille. Das ist nix. Nochmal 5 gewonnen. 1, 2, 3, 4, 5, ein Quabbo. Müsste jetzt also Rang 9 sein. Halbe Stunde. Da kann ich ja gar nicht. Oder ich kann doch, aber wieso soll ich denn mehr machen? Oh, 98er. Quabbo. Okay. Da hat er doch jetzt mindestens eine 15er Serie. Ach nee, warte mal, oben steht ja schon längste Serie 19. Das ist beeindruckend. Längste Serie 19. Samyang Bulldak. Samyang Bulldak. Kampf beginnt. Zum Glück steht nicht da gegen wenig Kämpf, aber der Kampf beginnt halt einfach schon. Gegen Eika. So. Ist das so richtig? Muss nicht erst der gezeigt werden und dann steht Kampf beginnt. Da beginnt der Kampf einfach schon vorher. Jetzt wird's spannend. Yo, Akteas, was geht ab? Yo, yo, yo. Und er wechselt auf Caboera. Kampf gegen Kampf. Oder wird es Krampf gegen Krampf? Er wird ab. Ich müsste eigentlich mehr schauen. Ah, der hat ja wieder nur 1,5. Okay. Ramses, kannst du ein Team empfehlen? Ja, ich empfehle dieses Team. Mit dem habe ich alle Kämpfe gewonnen. Die Gegner hatten gar keine Chance. Und dann hat er auch noch Glazio da drin. Noch ein Eis-Pokémon. Komm, hau nochmal Arctilas rein. Arctilas, Arctilas, Jalapeno, Julián, warum schildest du noch? Ergib dich, los, gib auf. Das hat doch gar keinen Sinn, was der da macht. Wie kann man denn auch zwei Eis-Pokémon ins Team reinnehmen? Wenn jeder weiß, dass ich mitmache, um ein Beispiel. Ja, das ist, die sind alle, die haben ihr Team vom Holiday Cup. Die haben sich ein 1.500 Team bis 1.500 für den Holiday Cup gespeichert und spielen damit jetzt und landen alle bei mir. Deswegen sind das alles Eis-Pokémon. Schon kommt hier ein Hisui. Arctani. Arctilas, 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 wo er jetzt hier aber halt wieder nicht reinpasst. Gerade haben wir, gerade haben wir entdeckt, was dahinter steckt. Schon wird es wieder, naja, mit Füßen weggetreten. Du bist ja eigentlich fast auf meinem Level, aber Flammenwurf. Machst halt trotzdem gar keinen Schaden. Guck mal, 2, 4, 2, 1, das ist gar nicht so weit auseinander, aber vielleicht hat er auch einfach wieder nicht gedrückt. Drücke Berger, drückt sich vorm Drücken. Drücke Berger klingt ja dann schon wieder wie was Gutes, wie jemand, der halt ständig drückt. Unser Drücke Berger, aber ein Drücke Berger drückt sich ja vorm Drücken und deswegen gibt es das trotzdem nicht. Ramses Minus, der Drücke Berger drückt sich vorm Drücken. Level 50. Hä? Dümmster Titel ever. Wir geben nicht nur den Schocker der Woche, sondern natürlich auch den dümmsten Titel ever. So muss das sein. Ich sehe gerade, ich habe die Nacht ohne meinen Pikachu geschlafen. Das habe ich irgendwie auf dem Sofa hier liegen lassen. Aha, jetzt weiß ich, was gefehlt hat. Glatziola alle Glatziola da drin. Finde ich sehr, sehr gut und interessant. Dann bring mich halt um oder auch nicht. Darf ich? Hat er jetzt aufgegeben? Wieso steht denn schon da, dass ich gewonnen habe, wenn ich gerade noch am MyMove-Zeug machen bin? Doch, er hat aufgegeben, er hat in der Animation aufgegeben. Das habe ich auch. Jetzt bricht es wieder ab. Mann, 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 lass mich rein, ich brauche noch drei. Eigentlich müsste man spielen, bis man einen Kampf verliert. Was ja gar nicht geht, weil wahrscheinlich zwischendurch einfach die Sets voll sind. Nummer 6, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ich könnte höchstens sowieso, wenn ich nur 5 Sets spielen kann, nur bis auf Rang 11 aufsteigen und weiter geht es dann eh nicht, weil dann die Sets voll sind. Und das habe ich noch nie gehabt, dass ich in einer Folge Ramses minus 5 Sets gespielt habe. Ich habe meistens drei Sets gehabt, dann war die Stunde voll. Jetzt haben wir schon drei Sets, sind gerade beim vierten Set und haben gerade mal eine halbe Stunde aufgenommen. Also es geht heute recht fix. Fix und Foxy, Kampf beginnt. Versus, so sagen die das immer, Versus. Klingt wieder wie ein Wrestler. Versus gegen Otis. Otis muss hier rein. Karadonis gegen Otis. Alle gegen Otis, genau. Otis allein zu Haus. Hier war das immer mit Ersetze Ersetze ein Wort in einem Filmtitel durch das Wort bla bla bla. Und dann haben die immer irgendwas Dummes geschrieben auf Facebook. Mach das gleiche mal mit Otis Ersetze ein Wort in einem bekannten Filmtitel durch Otis Otis allein zu Haus. Sieben Tage sieben Otis Das Wunder von Otis Bad Otis Independent Otis 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 Jurassic Otis Ja wenn du den Film Hedged hast der nur aus einem Wort besteht und ersetzt dann Hedged als Otis heißt der Film einfach Otis oder Otis das Weißenkind genau von Orphan das Weißenkind einfach Otis das Weißenkind Otis Mania aber dann haben wir nur einen Teil ersetzt aber das würde mir sehr gut gefallen glaube ich der Otis zu Weihnachten der Grinch der Otis versteht ihr so Wasser Aguana Aguana Ich bin schon wieder viel zu hektisch hier ganz gemütlich auf die Drachen klauen ja und ganz gemütlich auf die Drachen klauen da sind zwei vorbeigeflogen so gemütlich und trotzdem reicht es noch für einfach fabelhaft Junge ich hau dir die Mütze vom Kopf das Mütze von mir Hau dir mit der macht bestimmt jetzt Schaden Nassschweif und ich hab noch gedacht der macht Schaden Nassschweif ja gut lädt vielleicht am schnellsten auf bei ihm kann man da so öfters einsetzen habt ihr noch Otis Filme die ihr kennt schreibt es mal in die Kommentare ersetzt ein ersetzt ein Wort von einem bekannten Filmtitel durch Otis und schreibt es mal in die Kommentare Otis in Action True Otis Otis Lies ja gut das eigentlich bräuchte man ja Weihnachtsedition das wäre schöner so ich wechsle mal hau den Bären auf die Glocke das kann der eigentlich nur Eis Zeug oder das kreift bestimmt mit Pflanze an Knirscher ja gut das ist noch noch genialer für mich das macht nämlich gar nichts Blitzer Blitzer man durch ja gut das hat sich ausgedingst chill mit Otis der Stream am Montagabend ich müsste mal eine Otis Woche einführen da steht dann einfach eine Woche bei den Streams immer Otis mit drin chill mit Otis Rampenlicht Otis am Dienstag Otis Mania am Mittwoch Seven vs. Otis am Donnerstag Rates für Otis am Sonntag wird manche Leute bestimmt sich freuen Rates für Otis darf man auch mitmachen wenn man nicht Otis heißt nein dann müssen alle ihren Google Namen in Otis umbenennen Bisa Fan Enso heißt dann einfach Bisa Fan Otis der Poga Handa heißt dann einfach Otis Handa und mehr möchte ich jetzt hier nicht nennen weil Tobi Twitter ist einfach Tobi Twitter also du kannst nicht Otis Twitter draus machen oder Tobi Otis oder Otis Tobi das klingt ja schon voll doof Tobi Twitter ist Tobi Twitter das ist so wie das hier ist und bleibt und macht und tut habe ich eigentlich noch einen offen ich weiß es gar nicht schlecht Mensch bin ich deppert ich muss noch einen machen da fehlt noch der fünfte sind wir 38 Minut das also ich glaube es lohnt sich nicht noch ein ganzes Set zu spielen dann ist ja eh Feierabend man sollte wenn es gut ist am besten einfach aufhören obwohl ein weiteres Set dauert ja eh nur 5 Minuten aber wir können es auch noch fertig machen egal er gibt auf er gibt auf ohne man braucht keine Skills für Level 50 zack obwohl andere Sachen aus der Level 50 Aufgabe sind natürlich doch mit Skills verbunden hallo was ist gibst du mir jetzt hier gefälligst meinen Punkt Fehler bei der Spielersuche zack 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 hin und her erreiche Rang 10 in der Go Kampf Liga guck dir das an lass mich mal kurz raus und jetzt pass auf guck dir das an für Thumbnail muss man ja mal behindert gucken ich werde eh kein Thumbnail hier raus ziehen jetzt kann ich mir eine super Jacke anziehen 5 gewonnene Raids in dem Level 1500 Trogemon 5 Raids und besuchte Pogestops 487 5 Raids von 49 auf 50 genial ich mache täglich ich mache eigentlich nur täglich meinen ich mache täglich nur meinen freien Pass hier weg an dem Account also wundert euch nicht aber komm wenn wir einmal dabei sind längste Sägeserie ist gerade bei 20 machen noch als Bonus wer jetzt abschaltet schreibt es mal in die Kommentare wer es ganz bis zum Ende geguckt hat da muss ich mir noch was einfallen lassen oder auch nicht eigentlich ist mir das gerade recht egal Hauptsache der ist jetzt hier 50 sodass der Mikro nicht mehr rum spionieren kann bei den Erfahrungspunkten die ganze Zeit hey wie hatten der heute fünf Erfahrungspunkte gemacht bei mir ich hatte nur drei Erfahrungspunkte wie machst du das so ist jetzt das weg die Anzeige ist nicht mehr da ich habe meine Ruhe man kann ihn nicht mehr bespitzeln ob sechs gelbe sechs blaue sechs rote der eine blaue ist eh gesperrt der andere ist pupsi der ist eh 50 ich glaube wenn du alles verteilst auf mehrere Accounts ist das nicht so effektiv wie wenn du wirklich zwei Accounts hast und die einen als Haupt Account und einen als Hilfs Account dann ist das immer noch stärker und besser als wenn du jetzt den nächsten ziehst den nächsten ziehst den nächsten ziehst bringt ja nichts alles was ich mit dem jetzt mache stärkt den ja nur noch weiter 50 ist zwar nur das Level aber die Pokémon müssen auch passen der Staub muss passen du musst entsprechende Pokémon pushen du brauchst entsprechende Condor wenn ich jetzt einen anderen hoch ziehe dann verstaubt der ja hier und hat dann gar nichts mehr dann also lieber mit dem weiter als 2 Account rein fuchsen so dass der halt immer besser wird und man dann auch im Notfall sagen kann auch nö jetzt habe ich keine Freunde mehr keine Freundin keine Katze kein gar nichts ich mache jetzt Raids nur noch mit zwei Handys für mich alleine in meinem Krabbox Angriff steigt dann bringen wir es lieber schnell um wir wollen den hier nicht hier 1700 jetzt da ist noch Wasser drin sehe ich gerade im Garados ist Wasser drin das ist ein Titel für die Folge Ramses Minus im Garados ist Wasser drin der klingt sogar lustig den würde ich gerne nehmen aber man muss irgendwie das rüber bringen man braucht keine Skills für Level 50 Level 50 ganz ohne Skills und alle was hat das mit Dings zu tun da geht es nur bis 24 aber ja ihr versteht das schon Ramses Minus die Nudel wird 50 was für Nudeln der Samyang Bulldack wird von euch liebevoll immer als Nudel bezeichnet für die 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 nicht wissen was Samyang ist und was Bulldack ist und was Rahmen sind und überhaupt habe ich mich heute wieder aufgeregt das kann ich aber noch kurz erzählen auf Facebook habe ich jemanden gesehen der hat gepostet jo er ist startklar er hat mal wieder Coins aufgeladen und so hat sich mega gefreut hier 260.000 Coins auf dem Account gehabt richtig brutal so viel aufzuladen stell dir vor trotzdem in zwei Monaten sagt na Yendik auch nö wir sind pleite wir haben keinen Bock mehr wir haben so viel Geld verdient wir schalten die Server ab das war's und dann hast du dein ganzes Geld jetzt da gebungert und dann ist es auf einmal weg irgendwann werden sowieso sicherlich die Server abgeschaltet und ihr könnt das gar nicht mehr spielen und sagt dann toll wie viel Geld habe ich über die Jahre reingesteckt aber ihr hattet eine gute Zeit vergesst das nicht auf jeden Fall hat er Coins aufgeladen Geld aufgeladen gepostet sich gefreut dann gab es Leute krank wie viel muss das sein sonst wie hin und her dann gab es auch Kommentare da war eine Dame die hat gesagt wie kann man nur Geld für ein Spiel ausgeben das ist ja schon krankhaft ist das ja aha so eine dumme Aussage habe ich echt noch nie gehört ja jeder der bis jetzt schon mal Geld für Pokémon Go ausgegeben hat ist also krank guck mal wie viele Leute einmal im Monat sich ein C-Day Ticket kaufen für 1 Euro sonst nichts aber zum C-Day 1 Euro im Monat für C-Day Ticket nehmen sie gerne mit weil das ist 1 Euro das ist nichts aber die Tatsache dass ihr Geld für ein Spiel ausgebt die Tatsache ist schon krank ich will gar nicht von den Leuten reden die sich Pokémon Purpur oder Pokémon Karmesin gekauft haben die haben 50 Euro ausgegeben für ein Spiel wie krank ist das denn bitte guckt euch die Leute an die hier God of War sich gekauft haben jetzt für die Playstation 5 die haben Geld ausgegeben für ein Spiel wie krank muss man sein überhaupt jeder der Playstation hat der Nintendo Switch hat der Xbox hat wie krank seid ihr bitte oh mein Gott merkt ihr wie bescheuert diese Aussage ist man kann es ja krank finden dass jemand so viel mit einmal ausgibt oder generell so viel ausgibt aber es krank zu finden dass jemand überhaupt Geld für ein Spiel ausgibt das ist einfach der dümmste Scheiß den ich je gehört habe so und ich finde sowieso generell immer bescheuert in in einer Pokemon Go Gruppe wo Pokemon Go Spieler drin sind die von anderen Pokemon Go Spielern dafür diskriminiert werden dass sie Pokemon Go spielen das ist genauso bescheuert das ist genauso blöd ich dachte immer das ist so ein Ort das ist übrigens in der Facebook Gruppe von Pokemon Go Spiele Trend also ein Schilling seine Facebook Gruppe Spiele Trend Gruppe auf Facebook das ist ja eigentlich die einzige Gruppe wo ich großartig bin und immer mal was rein poste auch wo ich viele Leute von euch auch kennengelernt habe und da tummeln sich aber solche Gestalten rum das ist schon echt bemerkenswert ist das ja das war aber nicht alles da gab es noch den anderen Kollegen der auch geschrieben hat ich weiß den genauen Wort lautet es nicht mehr aber es ging irgendwie darum dass der jenige halt einfach kein normales Leben mehr hat und wohl ja in seinen Augen also er selber spielt Pokemon Go aber es sieht in dem anderen der Pokemon Go spielt sozusagen einen Versager einen der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt jemanden der nichts hat keine Lebensfreude keine Freunde keine Freundin keine Familie wahrscheinlich noch keinen Job ne ist ja der Klassiker wer Zeit für Pokemon Go hat der muss ja Hartz 4 Empfänger sein oder arbeitslos woher auch immer man dann das Geld nimmt oder so ne fand ich auch richtig dumm richtig schlimm so gehässig zu sein solche Vorurteile zu haben sich so blöd zu geben jeder spielt anders jeder hat eine andere Spielzeit während die einen einmal pro Woche in das Spiel gehen und einen Pokemon fangen und das reicht denen weil das absolut nebenbei irgendwas ist und sie dann noch 50 andere Sachen spielen können da machen wie ihr wollt ist doch ok andere die gehen jeden Tag rein weil sie jeden Tag ihren Stop drehen wollen und ihren Pokemon fangen und ihren Raid machen haben aber trotzdem Arbeit haben trotzdem eine Familie haben trotzdem Frau und Kinder kriegen das aber alles unter einen Hut weil sie halt nicht so viele andere Sachen spielen und nicht so viele andere Sachen noch machen aber dafür lieber mal zwischendurch halt ein bisschen GBL spielen oder mal ein Raid machen oder zusammen mit der Familie spielen ich finde es so schlimm dass vorausgesetzt wird gleich nur weil jemand Pokemon Go spielt und halt mehr spielt als jemand anderes dass der gleich ein Versager sein muss dass der gleich im Leben nichts hat und erreicht hat und wohl komplett lost ist also es hat mich total aufgeregt ich bin das so beleidigend geworden in den Kommentaren hier das böse B Wort benutzt ich letztens in einem grobisch schon ermahnt wurde als ich gesagt habe wie B ich diese Aussage finde darfst du nicht sagen wie B das ist ja habe ich aber auch wieder gemacht und dadurch dass der Schilling ja eh nie reinguckt und kontrolliert wer da was postet und wer was macht Ist es nicht so dass ich einer bin der andere diskriminiert und niedermacht ich bin nur der der die mobber mobbt ich bin der der die diskriminierer diskriminiert wenn ich sehe dass einer grundlos auf einen schwächeren losgeht und den angreift das verteufel ich mit allen maßen das kann ich nicht ab das finde ich so schlimm wie derjenige sich das Recht raus nimmt über den anderen schlecht zu reden oder sich als was besseres hinzustellen oder den anderen irgendwie als als schmutz zu bezeichnen oder darzustellen und das dürfte auch jetzt hier das letzte match sein ich wechsle jetzt mal was mache ich denn ich rede die ganze zeit und rede und rede und rede eigentlich haben wir doch ist au das tut mir weh mach was ich hätte schilden schilden können habe ich nicht gemacht hier wird nicht geschildert also egal einmal surfer er hat surfer eingesetzt jetzt aber schilden ich habe doch noch ace ja vielleicht wäre das sogar gut ein thema für ein eigenes video gewesen das mal raus zu schneiden mal extra hoch zu laden diese meinung dazu mit wie leute über andere denken herziehen sonst was wie man da gleich schräg angeschaut wird gegen mobbing irgendwas hin und her aber jetzt ist es hier drin das heißt es wird so gut wie keiner sehen oder hören aber es wäre besser wenn das viele sehen und hören und mal drüber nachdenken bevor sie solche aussagen tätigen und andere niedermachen dass diese Aussagen einfach total sinnlos sind sie sich ja nicht nur selbst damit auch blöd darstellen sondern wahrscheinlich auch den rest von ihrer Familie und ihren Freunden die genau das machen was die in dem Moment aber kritisieren ohne drüber nachzudenken dass sie im glas 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 sitzen können ich mir so vorstellen hau den fuchs und den lukas hau den lukas fuchs joh mai komm jetzt machen wir hier den steinhagel voll der muss sitzen aber nicht im glas haus steinhagel guck mal 2 4 2 4 hey das war ja richtig spannend am ende das war ja fast ein gleichwertiges match und hier gibt sogar staub guck dir den staub an überall sind wir jetzt rang 11 ja wir sind rang 11 leider gab es keine pokémon belohnung und jetzt müsste es mir eigentlich ansagen dass ich die maximale anzahl an kämpfen für heute erreicht habe und das heißt wir sind fertig ich müsste dann jetzt auch die level 50 quest haben wo es am ende ein mutue raus gibt das ist cool oder lande 500 großartige curveball würfe drehe 15 tage hintereinander einen pokestop lande 5 fabelhafte würfe 5000 10 5000 das sieht gut aus level 48 herausforderung ist noch da fange 480 pokémon 14 rocket boss 48 bonbons durch spazieren verdienen gibt sogar 3 raid passe level 45 ist ja auch noch da also das ist egal das war es von meiner seite aus wir haben jetzt level 50 erreicht mit dem samyang bull duck account jetzt habe ich 2 50 ja den main und den kleinen samyang die kleine wurst wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses trotzdem interessante folge vielleicht einiges wo ich in den kommentaren vielleicht solche antworten dazu kriegt zu den besagten themen bin ich mal gespannt und jetzt muss ich mir noch überlegen wie ich das ganze nenne so euch guten rutsch genau das kommt am freitag doch hoch also guten rutsch wir sehen uns im nächsten jahr ciao